Kapitulieren! Niemals! Das ist ein Pört! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu nehmen habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Er fehlt für was ist unumschließend! Wir werden nur scheinlich kapitulieren! Wir müssen die Verhandlungen auch nicht! Ich will auch bei meiner Herren! Eine Kapitulation! Setz es sofort, dann schreibt man Mascha Schubow auf. Mascha Schubow? Was geht hier vor? Das ist doch alles Wahnsinn! Wir müssen die Stadt den Russen übergeben! Dann muss ich sie erschießen! Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation!